so hallo die testaufnahme war synchron und somit erfolgreich ich hoffe der richtige part ist es damit auch ganz kleiner fun fact zu dem 36 level vom letzten paar zu diesem troll level ich habe ja gesagt dass wir ein level das könnte die g auch mal spielen und kaum habe ich es hochgeladen an dem tag sich so vor einer stunde hochgeladen hat er dieses level auch gerade gespielt also das war tatsächlich ganz frisch aber das ist gerade an dem tag auch auf seinem kanal aufgetaucht ist das ist vom 13.5 das hätte er sonst mal spielen können und eine stunde vorher habe ich gespielt und dann sehe ich bei ihm auf dem kanal das war super lustig also solche zufälle keine ahnung gibt es gibt es halt auch ganz selten da es jetzt eine neue aufnahme session ist gucken wir erst mal ob sich hier beim stern was getan hat und ansonsten werden wir weiter und super expert level anschauen weil mir das doch ziemlich viel spaß macht aber wir sehen es gibt hier dinge zu tun okay marcy hat ein neues level hochgeladen spike shell sands hat ein neues level hochgeladen und waboros hat denn das level hochgeladen okay fangen wir mit marcy an das sind ja immer recht kurze angenehme level gut das kurz hat sich mit den drei minuten 48 vielleicht erledigt das angenehm mit den sechs prozent auch aber haben ja noch nicht so viele gespielt schauen wir mal wie wir uns anstellen wenn schönes habe ich auch kein problem damit wenn es den ganzen part überdauert so dann guck mal was du hübsches gebaut hast da steigt schon mal die lava wie hoch steigt die die geht auch wieder runter gut das ist schon mal gut zu wissen die blöcke steigt mit der lava das heißt wir können das einfach mal dahinten pfeffern weiter mit der blok ist meine meine versicherung sozusagen ich weiß wie die sechs prozent entstehen oh je der der block ist meine versicherung das heißt es ist nicht nur meine also es ist nicht nur normal es ist wirklich meine lebensversicherung ohne den block komme ich hier nicht weiter ich muss den immer wieder ich dachte ich muss ich muss enorm geduldig sein das ist ein level wo man richtig geduldig sein muss ich will aber schneller weiter das ist hier aber ganz ganz schlecht sollte ich nicht wollen das sollte ich nicht wollen sollte das wirklich ganz langsam ganz ruhig angehen so dann stellen wir den hierhin dann kann der mich nämlich auch nicht treffen ist er gerade ok cool oh je wow da kann jetzt von glück reden dass die die hammer die feuerbälle nicht die kiste kaputt machen gäbe es so eine funktion wäre es halt sowieso vorbei mein gott ich einfach nicht runtergelaufen ging da von der seite runter dann ist es einfacher so ich glaube man bräuchte die box sie gar nicht mehr könnte mit einem wollen scharf vielleicht auch in die die röhre aber man muss es ja auch nicht treiben steigt das hier jetzt auch an ok bis dahin neuer pilz ah das ist mal ein interessantes level auf jeden fall auch ein interessantes konzept dass man mal ein bisschen mehr die steigende lava wirklich thematisiert und dabei auch die kisten sind vollverwendet zum glück steigt sie nicht so oh mein gott was machen mach ich denn hilfe ok die 10er mückse kann man behalten oh boy ah wie hoch steigt das ding oh mein gott hi geh bitte weg danke oh da kommt was aus der luft hoch uah ok kein power oh gott geh weg so ein checkpoint wäre ganz cool langsam oh wie hoch geht die ok oh das ding folgt mir will das nicht was kommt hier oh nein oh ich dachte schon das das wäre jetzt fies gewesen wenn es höher gegangen wäre aber äh hat er fair gebaut hat er fair gebaut ich hab nix gesagt und da ist mein checkpoint sehr schön hier steigt und scheint auch keine lava auch sehr schön so oh nice sehr gut das wird uns sicherlich helfen äh nicht mehr so ah mein gott ok da wollen wir ganz schnell durchrennen dass der mich gar nicht erst hier oh die ah ich kann die nicht selber abschießen ok schade ok ok da kommt er raus achso er kommt auch raus ich dachte vielleicht muss ich da rein aber scheinbar nicht es könnten secrets sein wir probieren es einmal aus es könnten secrets sein ok nein nein es ist das ist das ist das kein secret nein es ist es war ein versuch es war ein versuch es war ein versuch aber beim versuch bleibt es dann auch so ich will die blume haben und diesmal verlieren wir die blume auch nicht weil wir jetzt den fehler nicht nochmal machen den wir gerade eben gemacht haben das ist schon mal sehr gut dafür machen wir den neuen fehler das ist auch in Ordnung Mist geh weg ok das könnte ah schade wäre es die blume gewesen wäre sie ja trotzdem raus gekommen trotz des treffers also den treffer habe ich einkalkuliert aber es war leider nur ein Leben und nicht die blume selbst aber das ist ok wir müssen erst das level uns angucken ok muss ich da rüber kommen ohne gut da sind kiste hi du bist groß ok es geht hier einfach rein hier ist auch nichts und ha ich wollte ok ok da ist doch was gewesen das ist ja mein lieblingsboss nicht ok ok nice oh kann ich den na da müsste er ich hab oh gut 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 nice schönes level schönes level schönes level doch fände ich schon weiß ob es irgendwelche bonusräume gegeben hätte die ich verpasst habe aber das was wir gesehen haben war alles sehr schön gut haben wir die quote etwas aufgehört etwas erhöht frank würde ich zum schluss machen weil das wahrscheinlich mich wieder zur weißglück treiben wird machen wir erstmal castle breakout das sieht noch einigermaßen ok aus kill all the goomba and escape the castle machen wir das heißt es ist eine ja also kein midway point shooter seit wann gibt es denn shooter als kategorie also kriege ich jetzt die ne kann ich gar nicht ist ja kein 3d land was ah dieser shooter ja lol kategorie shooter habe ich noch nie hä ist die neu mit update oder so kategorie shooter was oh das war das war nicht so gut wobei ich die jetzt ablenken kann damit sogar oh 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 je oh das war knapp nice und die noch ach wenn ich getroffen hätte ist ja gar nicht so schlimm da ist ja noch eine blume jetzt sehe ich das erst das heißt wir haben das no hit geschafft sehr schön ich bin auch mit der blume raus also ich kann getroffen werden so schlimm ist das gar nicht ich habe versucht jetzt alles so zu spielen dass ich ja nicht getroffen werden darf aber ich darf ja getroffen werden gar kein stress gar kein stress ja gar kein stress hier ist ja eine blume ja aber dadurch dass es eine click condition ist zwingt er den spieler halt dass man das auch machen muss man kann jetzt einfach weiter laufen aber man kommt einfach nicht ins ziel rein das ist schon ganz klug gebaut aber es ist schon ich treffe ihn nicht oh boy ok netzeler so oh die zeit ok jetzt wird es allerdings dann kritisch ein bisschen kritischer 83 aber ich möchte hier nicht an der zeit sterben das wäre das wäre das wäre kritisch no nice einer noch den werden wir doch noch kriegen den werden wir doch wohl noch kriegen hier oh boy jetzt nein das hätte sein können nein ich wollte da noch nicht rein bist du bescheuert oh ich muss noch den boss besiegen am ende es rein ah nein ich treffe nicht mein aim ist zu schlecht jetzt nein jetzt oh gott 43 oh das wird super unangenehm ja die fische genau natürlich oh oh no oh no oh no die bomben müssen halt bei ihm explodieren oh nein das wollte ich nicht das war's oh mist ich will das nicht auslösen ich will das nicht auslösen oh gott ok ok die zeit wird ein problem 200 sekunden hat man für das ganze ok aber jetzt weiß ich ja ich kann mich auch treffen lassen ich krieg sofort nachschub jetzt muss ich nicht so aufpassen du musst jetzt mal deutlich besser aimen hier ok ah Mist nice und den noch ah nein nein ah ah jetzt so nein jetzt so komm ah jetzt konnte ich nicht mehr schießen jetzt ok go gut 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 nur noch zwei äh drei aber die sind eigentlich naaa ja und den noch nein 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 der ist doch einfach no no yes du ich da da und dann muss ich versuchen die bomben viel besser zu treffen ich will den gar nicht abschießen ich will die bomben auf ihm drauf haben und dann muss ich aber aufpassen dass ich die fische nicht berühre weil sonst mache ich die ganze zeit die blöcke das ist nicht gut oh ist das knapp nein ich treffe viel zu wenig ah ok ok zwei noch ein noch komm schon nein der muss weg yes ab dafür 72 ok bomben treffen kann ich da nicht einfach hier bleiben bin ich hier nicht safe jetzt hoffe ich dass er in die bombe reinläuft geht zur bombe hat es ihn getroffen ich glaube nicht scheiße ah ne er muss ja zu mir laufen dafür ich bin ja dumm er läuft ja dahin wo ich bin ja klar ich muss die bombe treffen dann muss er dahin laufen ok ok kriegen wir hin ok da ist die bombe komm her hier 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 komm hier rüber ah du Mist Ding komm her komm hier rüber komm hier rüber schneller schneller ich hasse dich nein nein wir bleiben hier ja ja bombe er springt nein das darf doch nicht wahr sein nein das darf doch nicht wahr sein nein das darf doch nicht wahr sein ohhhh ich treff nix mehr nein nein doch der fehlt oh ne ok 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 eine noch nice erst die lücke aufmachen dann durch die lücke durch komm schon schneller komm schon schneller komm schon schneller nur noch 3 2 nein jetzt habe ich einer nein hat verfehlt so müsste er treffen nein yes 119 das ist wie vorhin ungefähr ne oh gar das wird nicht schneller jaja nein haltet die klappe und wir bei 70 irgendwas durchgelaufen Okay, einer noch Nein, den hätte ich jetzt gut erwischen können Aber jetzt so Nein Dann eben so Ab dafür 77 Es ist nicht besser als vorher Nicht viel So, bleib hier Bleib hier bei den Bomben Erster Hit, sehr schön Sehr, sehr schön So, ich hoffe, jetzt kommt er gleich hier rüber Ja, geh in die Bombe Geh in die Bombe Bleib hier, bleib hier, komm da rüber Er springt in dem Moment Oh mein Gott Ich meine, ich kann ihn auch eine Runde so treffen, aber Okay, komm hier rüber, komm hier rüber Schneller Das reicht nicht Komm hier her, komm hier her Hopp, 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 hopp Ich hasse dich Oh Gott Das reicht nicht Es wird nicht funktionieren Jetzt habe ich ihn erst zum zweiten Mal Oh, nee Nee Dieser Boss Hau Ich glaube, ich gebe das Level auf Ich will nicht jetzt Noch mal 20 Minuten an dem Boss sitzen Was, wenn es jetzt in dem Lauf Nix wird, lasse ich's Vielleicht habe ich auch einfach nicht die richtige Strategie Ich weiß es nicht Ah, der Boss ist so Richtig ekelhaft Und jetzt bin ich auch schon wieder richtig langsam hier an dem Anfang Oh mein Gott Okay Okay, und der noch Nein Auf jeden Fall fehlt jetzt wieder So 147 Mist Geht doch heim Alter Okay 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 Zwei noch Einer noch Nein, den krieg ich so nicht Den krieg ich so nicht Den muss ich von der anderen Seite holen Nein Ich hasse alles Jetzt 100 Was ist es? Oh Gott Ich will 105 Das wird nix Ja, 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 ja Alter 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 Okay, wir sind aber wieder ungefähr bei 70 Ja, also zeitlich sind wir einigermaßen So wie vorhin auch Ich will nicht Ich treffe mir den Bobben eh nicht Ich hasse keine Ahnung, ob ich das machen soll Nice Ein Treffer Aber die Bobben sind halt schon gleich weg Hör doch auf, der die Blöcke hinzumachen Alter Okay, Bombe, Bombe, Bombe Alter Nee Nee, den muss doch jemand anders spielen Nee Das ist mir zu random I'm sorry, jetzt müsste ich ihn noch mal treffen Nee 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 Das ist nee Nein Dann im nächsten Part Frank88 Danke fürs Zuschauen Und tschüss Forts Ich bin für das ist mir Ich bin Du Und dass sich das ist mir Und dann aber Du ich bin Und dann Ich bin